Was ist das? Was ist das für ein Glitch? Wir brauchen ne Menge Autos. Du sagst ne andere Map-Clitch oder was? Da kommen Gegner mit, oder? Ich sag mal so, hier rechts wird kritisch hinzugehen, ne? Hier sind nicht richtig viele Gegner, aber richtig viele. Und Friday, hinter dir sind auch welche. Kommen wir dann allgemein unter der Map? Oh, ich hab einen neuen Verfahren. Ohne Witz mit Auto, das ist so OP, ne? Was passt, Digga? Ich will keine Masse machen. So, das ist auch so ein Idiot. Ich muss das Pregner ein bisschen an die Wand wieder stellen. Ich geh in die Richtung. Ganz nah an die Wand. Keine Sorge, ich fahre. Hey Digga, ich hab zwei Snipen, ne? Nix neu. Ja, mein Gegner hier ist so ein Digga. Muss ich los. Ich komm zu euch. Ich hab jetzt kein Auto mehr. Guck mal, ob ich noch eins finde. Du musst jetzt gleich auf die Treppe gehen. Hier wo die Sekundi? Ich komm hin. Warte, ich zeig euch das. Also du bist... Bist du Venus-Hügel? Ja, gell? Ja. Du musst hier auf die Treppe gehen. Dann einfach durch und dann hier durchlaufen. Ich hör mal. 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 Warte. Warte. Was denn wir machen, Digga? Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich hör mal. Ich hör mal. Ich hör mal. Ich hör mal. Ich geh in die Rechte. Loll. Der LKW musste stehen bleiben und die Autos und so. Können wir jetzt unter den Möppen laufen oder nur in dem Auto? Also nur in dem Haus? Ich hör mal. Ich hör mal. Schade. Wenn jeder Mann gegen eine Felle kommt, ist sie schluss. Sollen wir hierbleiben? Ich lade uns auf YouTube hoch, ne? Ja. Ja, aber keine Munition, ne? Ich hab' nur Sniper, Digga. Jetzt kommt ein Quad. Uns ist ein Quad. Doch, du kannst sogar rauskrabbeln, oder? Nee, das ist ja nicht das. Also jetzt ist es aus. Ja. Ja, warte. Siehst du mich jetzt? Also wenn du draußen bist, siehst du mich? Nee, das ist ein Jumps. Äh. Geil. Ja. Geil, Digga. Das wird erst mal auf YouTube hochgeladen, ne? Irgendwann, Digga. Komm, ich geh mit dem Snipen, Digga. Gucken, was hier abgeht. Ja. Ja. Ja.